sie sie und sie sind also hier so ödes Land so sind von so Nebel Korn noch etwas ich warte seit lang auf dich wenn dieser Baukirche und sie sehen Punkt Punkt so mal ich finde großartig und Dominik so zu stürzen also der Baukirche müssen jetzt in den Reinkriechen nicht es ist in Indien der Dach und das ist das und besitzen den Baum der Baum ist der Dantzen ledigen noch schnell husten und speichern und hier und da eine Höhle wenn dieser Baum ein Mensch war sind diese Gänge seine Adern Schall ist nix drin kann man euch nicht raus irgendwie ich hab das in Erinnerung die konnte man raus rupfen genau ah nein da war ein Alter drum gut da sind die Thron hier gegen da ist es die Fähigkeit der Siegmann ich kann mich erinnern nicht ausweichen ich treffe uns wir machen kaum Schaden bis jetzt das ist fehl und 42 Taler geil wie man reich rechts ist du bringst mir vier verschwinde 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 könnte halt Geld verlassen also außerhalb des Screens oh ich bin runterfallen scheiße cool lass mich los äh lass mich noch mal würd ich sagen nicht würd ich meinen und Level Up das ging schnell sieben erreicht Kampion 6 Stärkung 1 Abwehrmann 1 so yeah truhe kommt keine epische Musik wenn wir die Waffe kriegen keine epische Musik das finde ich oder hört so so ist es Sonnenstab bis zum 3 stärker als jetzt Möchtest du das anwählen logisch ausgerüstert nachdem nachdem das hier das schwinglich so im schiffig sie das schnisch ist davon habe ich schon dann sind zeigt so werden bei der Stadt feuer ist er macht er auch der Schaden Wunderknoller die okay da schwimmen Viecher hey komm du her spring so ich soll nicht ins Wasser fallen was ist jetzt tödlich bis jetzt noch aus da sind zwei stört Wunderknoller weil wir ab sofort hier mehr Schaden kriegen auf dieser Welt die Pflanzen entstanden aus einem einzigen Baum und brauchten Zeit durch die Rettung des Sonnenbaums soll die Welt wieder erblühen okay dann ist das hier dieser Sonnenbaum und diese Seele hat unsere KP aufgeführt das finde ich aber toll so und dann dann tun wir jetzt hier rechts abbiegen Entschuldigung ich wurde gerade gestört so ähm oh fuck wir sind zwar sehr fein das hat uns Schaden gemacht so hier rechts hin und diese Steine mit denen muss man werfen das sehe ich noch was fischen ach ich bin so schusselig sterb 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 bis gleich t 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 so weiter geht's ähm jetzt hier runterspringen oder was ok hallo jetzt landen wir auf der anderen Seite ok schon gekehrt und wo ist denn was da drin davon habe ich schon genug eine Knolle ganz eindeutig die St die 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 drei beide 40 Bord sind für sich es ist es sagt schon jeder ist in Deutschland schon an alle die die Fabian die Landwirte so So, pass auf. Wenn sie zu sind, machen wir denen gar keinen Schaden. Das muss ich mir merken. Bis dort. Danke. So. Ähm. Hallo, du da. Ich hoffe, ich habe da rüber zu springen. Nein, schade. Okay, dann jetzt nach links. Was haben wir hier? Ähm. Ach, schon wieder zuhause von euch. Ihr geht mir... Du bist entdeckt? Hä? Wie jetzt? Den check ich nicht. So bin ich entdeckt. Das ist hier nicht so wie bei der, ähm... Jetzt habe ich schon immer nicht mehr der Name der Spielzeit. Oh, Scheiße, bin ich verseucht. Nein, Gift. Werden sterben. Sterben. Schnell, ähm, Truhe. Ähm. Nein, nicht Rüstung, Utensilien. Ich habe mir dieses Verklicken. So, Utensilien. Ähm, gegen Gift. So. Ah, schon besser. Ein tolles japanisches Zeichen da oben links für, dass man vergiftet ist. Gleich mal eine... Ja, eine normale Knolle. Davon haben wir viel zu viele. Einfach hinterschmeißen den Scheiß. Wir haben eh genügend. So. So, haben wir es bald. Geht auch. Und raus hier. Ähm. So. Was ist hier? Ach Gott, ihr nervt mich sowas von. Immer wieder dieselben Gegner. Stört mich zwar nicht wirklich, aber... Die finde ich echt nervig. Weil wir nur fragen, wenn man sie berührt, kriegt man Schaden. Das hasse ich. Bei Gegnern. Ja, die kann ich komischerweise aufheben. Ich will sie alle aufheben. So. Kann ich dich aufheben? Warum kann ich dich jetzt aufhören aufheben? Warum könntest du nicht aufheben? Egal, runter hier. Hallo, du da. Du bist dort. Du bist auch gleich dort. Geht doch. Aufmachen. Hey, Vital, Alex, hier, was das auch immer ist. Oh, wir haben das Geld noch bekommen. Gegen Gift. Und, Wunderknaller. Gut, ich will zu wissen, was das ist. Wie kann man eine Info von einem Item haben? Möchtest du das auswählen? Nein. Möchtest du das auswählen? Nein, das wird nicht aus größter Zeit. Traumseh ist aus größter Zeit. So. Hä? Ich will ausrüsten. Och. Fick das Spiel. Geht doch. Ah. Damit. Erhöht die KP. Ja, damit. So. Okay, das hätte ich auch ableiten können. Vita. Vital. Also. Die Rollenspielsprache. So von Zaubern her. Vita, um sich zu heilen und so. Oder Vitra und so. Und Dreck. Oh, ich bin ein Held. So, ja. Ich möchte eine Heilknölle essen. So. Und jetzt haben wir schon 70. Das ist geil. So. Och ja, du blödes Vieh. Du stirb einfach. Kann ich nicht von dir unten? Kann ich nicht. Und. Blume stirbt. Nein. Daneben. Äh, falsche Richtung. So. So. Was haben wir hier oben rechts? Ähm. Eine Treppe. Und. Mh. Der kommt mir da vernünftig vor so alleine. Was hat das gemacht? Okay. Deko-Element. Denke ich mal. Was haben wir hier oben? Ein, der von, zwei, die vom Himmel fallen. Kein Problem. Ich werde nicht entdeckt. Ich bin entdeckt. Ich bin James Bond. Ich bin, ähm, Solid Snake. Ich bin nie entdeckt worden. Mein letztes Leben. Und hier ist echtes Wasser. Und wir können nicht schwimmen. Cool, gesundes Wasser. Kein versäuchtes. Richtiges Grundwasser. Das finde ich. Das ist rare hier. Aber richtig. Oh, Geld. Kannst du mal. So. Jetzt hier. 4K. Und schon wieder Level. Oh, das geht heute schnell. Level 8. KP um 7. Stärke um 1. Glück um 1. So. Ähm. Hallo, was machst du so? Stopp einfach. Hallo, meine roten Freunde. Au. Weg mit dir. Pufferschwesterbege. Und hier rechts hin. Und da hat mir eine lila blüla. Und da hat mir ein blöder Skobol-Dingson-Vieh. Stör einfach. Gut, 25 ist ihre KP-Grenze. Gut zu wissen. So, da bitte. Okay. Ey, die Seele. Ey. Folge mir. Okay. Geht die Treppe runter. Geht die Treppe runter? Und da steht neues Leben. Dieses Blatt kannst du als Flosse benutzen. Juhu. Wir können ab sofort schwimmen. Riesenblätter. Awesome. Das heißt, wir können ab sofort schwimmen. Fluffy. Fluffy. Du kannst nicht schwimmen. Was geht das dich an? In meiner Heimat war das eben nicht nötig. Fluffy. Nein, Fluffy sei gefälligst etwas sensibler. Ich will es so sagen. Mit dir wird es niemals langweilig. Ja, Arschloch. So, wir können schwimmen. Juhu. Kristall. Ich kann mich im Sinn hier gab es noch ein Secret in dir. So, und hier, boosten im Wasser. Und was bist du? Hüte dich vor giftigem Gas, wenn du die Höhle des Molochs betrittst. Das ist wahrscheinlich der Endgänger.